Ey, 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 ey. Läuft! Lump-Rekord. Nein, hier kriegst du nicht hoch. Weiter geht's. Junge, Junge, Junge. Mega-high-butt. Echt jetzt? Mit 1,55m und das hier direkt über einer Schnur und Schnur und Schnur. Oh, ein schöner Relax. Kurz absinken lassen. Boah, unglaublich hier. Vielseitiges Revier. Ein Vollack. Ah, das gibt's doch nicht. Herzlich willkommen. Wir sind mal wieder im wunderschönen Norwegen. Ich bin hier erneut mit Björn Otto von Angelreisen Halva. Und wo sind wir hier genau? Wir sind auf Wigner im Frühjahr und richtig heiß auf Angeln. Also wir sind gespannt, was jetzt geht hier die nächsten Tage. Und wir nehmen euch mit, guckt euch das Video an. Ich hoffe es gefällt. Ja. 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 Das wär's jetzt gewesen. Ob die Fische das so finden, weiß ich noch nicht. Aber die Bedingungen sind gut. Man treibt ein bisschen, man sucht Fläche ab. Oh, verdammt. Der geht gut. Der hört überhaupt nicht mehr auf. Was ist denn das? Das würde ich sagen. Lump. Ja, ist ein Butt. Das ist ein Butt. Gut. Wie lange haben wir geangelt? 3 Minuten? Also ich hab das erste Mal einen Köder runtergelassen. Das darf man sich nicht vorstellen. Aber jetzt kommt er. Ah, der ist gut. Das ist ordentlich Gewicht unten. Das ist natürlich auch eine leichte Route. Ist jetzt kein Besenstiel. Aber Leute, guckt euch mal um. Wir stehen hier zwischen den Scheren. Ein Revier, was wirklich Wetterschutz bietet. Und jetzt geht er nochmal. Was Wetterschutz bietet. Und wenn das so weitergeht, verfahren wir nicht mal einen Tank in der Woche. In den paar Tagen. Jetzt muss man nur noch rauskriegen. Wie tief war das hier? Ich schätze 20, 25. Ich weiß es nicht. Machst du dir einen entspannten Angeltag, haben sie gesagt. Fährst du nach Wigner. Ich krieg den gar nicht vom Boden gelöst. Boah, jetzt geht er. Da hinten, da sind die Häuser. Kleinen blauen Punkte da hinten, ja. Fünf Minuten gefahren. Erste Drift. Das erste Mal ablassen. Also ich finde den gar nicht so schlecht, den Fisch. Der könnte Maß haben. Lumprekord. Ich bin froh, dass ich hier etwas schwere Rute dreck genommen habe. Und ich den ganzen leichten prügel. Wird noch gar nicht die Chance, dich vorzustellen. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen, ja. Jetzt geht er nochmal. Jetzt geht er nochmal. Das ist ein schöner. Erstes Mal ablassen. Unglaublich. Manchmal muss man auch Glück haben. Ich hab Zeit. Ja, Leute. Ich hab Zeit. Ja, Leute. Dann 2,30 Meter. 2,30 Meter. Ja, das ist eine Light-Tuner-Rute. Also das ist jetzt kein hier 80-Lips-Knüppel, aber D3. Also die hat schon ein bisschen Wumms im Arsch. Ist ja auch gut bei dem Fisch. Ja, ich dachte, wir starten erst mal so mit 50er, 60er Dorschen. Das ist hier auch Gegner möglich. Aber noch ist er nicht im Boot. Da kommt jetzt das. Ist ein guter Boot. 1,30 Meter wird, glaube ich, vielleicht sogar 1,50 Meter. Echt jetzt? Ja, ist ein guter. Ist ein echt guter. Nicht zum Spaß hier, Männer. Pass auf, der geht noch mal. Warte, der geht noch mal. Der Haken saß gut durch. Der saß schön im Maulwinkel. Eigentlich alles perfekt. Das hab ich gesagt. Fast alle Bootze, die ich so gefangen hab, immer auf diesen Köder. Ja, aber in so einer kurzen Zeit. Jetzt die erste Fischertur. Ja gut, dann sollte ich Lotto spielen. Damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet. Da kommen da, da kommen da. Ja, geht noch mal. Ja, jetzt geht noch mal. Das Boot mag er nicht. Ich hab den lieber im Freiwasser. Als hier direkt an dem Feld. Eieieiei. Der ist aber auch sportlich, der Kollege. Junge, Junge, Junge. Der hat eigentlich gesagt, zieh einen Floter an. Ist kalt. Muss jetzt einmal nach hier. Der kommt von hier. Ja, komm da. Der ist so weit. Leute, entscheidet euch. Der kommt nicht noch sechs Mal. Ich glaub, ihr müsst den zweiten reinholen, ne? Ich helf dir. Alter, super gemacht. Und Björn? Läuft. Sauerstoffzelt brauch ich jetzt, aber... Wigner kann man mal machen, ne? Ist ganz okay. Da liegt er. Da liegt er. Da liegt er. Was für ein Fisch. Was hat der? 1,60 Meter. 1,50 Meter auf jeden Fall. Und das mit der Spinnrute. Was ein geiler Drill. So, da ist die Kirsche. 1,55 Meter. Geiler Drill. Toller Fisch. Und das nach fünf Minuten hier auf Wigner. Leute, mega. Ja. Ja, nachdem Björn gerade den Mega-Heilbutt hier nach nur drei Minuten angeln gefangen hat, darf der kleine Jesko auch mal. Ich geb hier einen pinken Sandaal-Imitat dran. Ist jetzt nicht der große Fisch, aber immerhin der erste Fisch für Jesko der Tour. Und ich schätze mal, ja. Ein Dorsch, oder? Oder doch ein schöner Küchendorsch. Noch kein Riese, aber erster Fisch. Und wir haben gerade ein paar Sandaale gesehen, ihr habt gesehen, der wollte den Sandaal auf jeden Fall haben. So, weiter geht's. Ich wollte eigentlich nur gerade den Köder reinholen. Jetzt knapp über 50 Meter. Irgendwo im Mittelwasser eingestiegen. Einfach, wie gesagt, Köderkontrolle und ich hab recht zügig eingeholt, einen Gummifisch. Und dann ist er da drauf gegangen. Und es ist ein Dorsch. Und das im Mittelwasser. So, nächster Fisch. Ein bisschen mehr Drift, deswegen hab ich mal einen 150 Gramm Sandaal ran gemacht. Auch mal die Rute gewechselt auf einer Inliner. Bei einer Tiefe von 50 Metern, glaube ich ungefähr. Hier. Da kommt er. Schöner Fisch für die Küche. Richtig fett gefressen. Hier war ein relativ viel Sandaal. Ja, da ist er. Erster, ein bisschen besserer Dorsch. Ja, schön fett gefressen. Toller Fisch. Und das hier direkt ufernah. Petri. Danke. Ja, der nächste Dorsch. Den hat er genommen beim Absinken. 200 Gramm Gummifisch, weil wir haben ordentlich Strömung jetzt hier. Und während dem Ablassen hat er den genommen. Wir sind jetzt hier auf dem 20 Meter Berg, kurz davor, bei 40 Meter Tiefe. Abgelassen, hochgeholt, einmal stehen lassen. Bumm. Ich dachte, er ist ein Dorsch, aber jetzt nimmt er schnur und schnur und schnur und schnur. Und ich würde mal sagen, das ist der nächste Hypot. Unglaublich, unglaublich hier. Oh, ich kann ihn nicht halten. Eieiei. Jetzt kommt, ist er ab? Nee, nee, nee. Alles, komm. Kante hoch, konnte ich jetzt machen. Ab. Ja, da kommt der nächste Fisch, bei Tobi. Was schätzt du? Dorsch oder? Dorsch. Nee, Lump. Ja, da ist er, der Lump. Auf Gummi. Herr Tobi, was meinst du? Dorsch? Jetzt ist ein kleiner Dorsch. Bei guten 40 Meter kam der Biss. Der ist aber sehr billig. Oh, beim Ablassen. Eieiei. Was ist das denn? Ja, Fisch. Aha. Jetzt aber. Oh, der könnte ein bisschen besser sein. Ja, die Drift ist ein bisschen mehr geworden gerade. Tobi hat seinen schon versorgt, oder? Oh, der stellt sich gut rein. Ich bin jetzt schon auf 300 Gramm hochgegangen, weil wir doch ein bisschen mehr Drift bekommen haben. Der gab vorher dreimal einen leichten Biss und dann bumm, Hänger. Ja. Ja, der kann sich doch schon mal sehen lassen. Ja, da ist er. Schöner Fisch. Und den wollte er auch komplett haben. Schöne Küchengröße. Weiter geht's. Ja, da ist der nächste Fisch. Wieder schöner Küchendorsch. Petri. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. Rakete. Der darf natürlich wieder weiterschwimmen. Guten Morgen aus Wigner am Austerfjord. Geht da was heute? Auf jeden Fall. Guten Morgen. Neuer Tag beginnt. Wir haben relativ viel Drift heute Morgen. Mit der leichten Rute stellt sich der Dorsch sehr gut in die Strömung. Ich habe wieder einen pinken Sandall dran. 86 Gramm. Und der kam jetzt so bei um die 50 Meter. Direkt am Grund. Sie hat mit einem leichten Gerät hier so eine 110 Gramm Rute. Da bringt das auch Spaß. Erste Drift. Einmal runtergelassen und dann bumm. Hinger. Ja. Wurde jetzt knapp. Trotzdem wieder schöner Dorsch. Dieser pinker Sandall. Den wollt ihr haben. Sandalle sind hier auch gerade drin. Das ist der Nahrung. Ja. Machen wir weiter. Holen wir jetzt den nächsten. Diesmal auf Pilka. Der Tobi. Und wieder ein Dorsch. Da ist er. Der nächste Dorsch. Sehr schön. Jetzt wollte ich vorhin den Jesko filmen, weil er einen Dorsch hatte. Meine Rute ins Mittelwasser gekurbelt. Und dann ist noch mal einer eingestiegen. Ein Dorsch im Mittelwasser. Der hat sich den roten Gummifisch geschnappt. Wahrscheinlich gedacht, da paddelt ein Krebs im Mittelwasser rum. Da ist er. Wie viele Gramm hast du gefischt? 135 Gramm ist das. Einfach im Mittelwasser hängen lassen. Dann hat er den genommen. Dann sind wir den Berg hochgetrieben auf 17 Meter. Und da kam er. Wieder ein kleiner Küchendorsch. Wobei, Küchendorsch ist das noch nicht. Der geht wieder in die Freiheit. Ja, wir haben den Spot nochmal gewechselt. Sind wieder ein bisschen dichter zur Anlage gefahren. Die Driften sind immer mehr zu heute. Ein bisschen schwer fischen, aber Fisch ist noch da. Gar nicht so tief. Ich glaube, 28 Meter kam er jetzt. Na, was ist es? Eine alte Schnur. Hat schon mal jemand geangelt, glaube ich. Vielleicht denkt der auch noch Fisch dran. Oder eine Gäte. Die Beilage haben wir schon mal. Salat. Oh, wenigstens ein Blei. Ja, ich möchte nochmal auf die Köder eingehen, die wir hier gefischt haben. Wir haben ja hauptsächlich auf Dorsch und ein bisschen noch auf Haiburg gefischt. Björn hat natürlich hier den Mega Haiburg mit 1,55 Meter gefischt. Er hat sich gefangen auf einen relativ kleinen Gummifisch. Unscheinbar. Der imitiert vielleicht den kleinen Dorsch, einen kleinen Pollack. Direkt vor der Anlage hat er mit diesem Gummifisch gefangen. Wir haben hier aufgrund der Lage immer ein bisschen Strömung und auch windbedingt ein bisschen Drift. Deswegen lohnt es sich auch ein bisschen schwerer zu fischen. Haben mit Sandaalen sehr gute Gefänge gehabt auf Dorsch. Sind aber dann eben teilweise auch aufgrund der Drift eben auf Gummifische 180, 200, teilweise sogar bis 300 Gramm hochgegangen. Hier im Sund drin hat man natürlich auch die Möglichkeit eben bei windstillen Bedingungen mit 60 Gramm Gummifischen auszukommen. Was für Dorsch natürlich immer eine gute Farbe ist, Rottöne, Rot-Orangetöne, aber auch natürliche Farben wie Sandaale haben auch gefangen. Das war eigentlich so unsere Auswahl. Wir haben ein bisschen auch, das haben wir gar nicht so viel gemacht, das klassische Pilken funktioniert hier natürlich genauso gut. Pilkern, die Heringe emittieren, Sandaale emittieren in verschiedene Gewichten, je nach Drift. Wenn man Lust hat, kann man oben drüber natürlich noch ein bis zwei Beifänger, die einen Gummimack dran machen. Und da hat man auch die Chance, auch noch einen schönen Seelachs zu fangen. Tobi hat gerade mal einen Pilker herangemacht mit einem Gummimack. Und hier direkt bei der Kante wieder. Und das ist ein... Oh, ein schöner Seelachs. Ja, Petri. Ja, da ist er. Der nächste Fisch. Wenn man auf dieselbe Stelle, Kante, die hoch geht, nicht ganz einfach zu beangeln bei dieser Drift. Und das ist ein... Okay, ein kleiner Dorsch. Der darf natürlich da wieder schwimmen. Ganz schnell. Einmal... Kleiner Dorsch. Eine kurze Zusammenstellung, wo wir gerade sind, was wir hier gerade machen. Zum Revier. Wir sind auf der Insel Wigner, sehr zentral gelegen am Austerfjord. Und wir haben hier eine tolle Bootsflotte, tolle Häuser. Hier nagelneue Häuser wurden hier gebaut. Und es sind auch mehrere Apartments noch verfügbar, wo auch kleine Gruppen, zwei Mann Gruppen unterkommen, was mit Sicherheit auch nicht so häufig ist in Norwegen. Und was wir hier noch haben, wir haben eine deutsche Betreuung vor Ort. Wir haben ein Filetierhaus direkt am Wasser. Wir haben ein Gefrierhaus direkt am Wasser. Das heißt, ihr könnt also filetieren und direkt einfrieren in euren Fang. Und was ich ganz besonders klasse hier finde, ist, das Revier ist unheimlich windgeschützt. Wir haben hier eine südliche Ausfahrt, dadurch, dass es an einem Sund liegt. Entweder, wenn man fährt in südliche Ausfahrt raus, in die nördliche, je nachdem, von wo der Wind kommt. Ihr habt einen riesengroßen Scherengarten davor, wo man sehr windgeschützt angeln kann. Hat aber auch die Möglichkeit, Offshore-Touren zu machen. Man kommt also raus an die außen gelegenen Plateaus. Und das ist mit Sicherheit hier schon ein besonderes Merkmal. Neben, wie gesagt, der deutschen Betreuung, die wir hier haben, rundum ein perfektes Ziel. Ein schöner Dorsch hier. Das ist das Geniale hier an dem Revier. Zehn Meter vom Ufer, total windgeschützt. Und ihr könnt angeln. Ob jetzt ein bisschen windig ist oder nicht, einfach an die Wand geworfen. Hier mit einem kleinen Gummibisch, mit einem kleinen Sand-Eel, 23 Gramm, kurz absinken lassen. Ja, Björn, wir haben jetzt hier in der Zeit hauptsächlich auf Dorsch und Heilbutt geangelt. Das war schon eine super Angelei. Auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt halt im zeitigen Frühjahr hier. Und da ist es schon sehr Dorsch-lastig. Aber wie ihr gesehen habt, auch Heilbutt kommt. Und ja, das Revier, das ist sehr, sehr vielfältig. Also gerade, wenn das Wasser jetzt wärmer wird, Mai, Juni, dann ziehen hier in diesen Sund, ziehen Sandaale rein. Und man hat teilweise nur noch Fahrwege von wenigen hundert Metern. Man fängt also wirklich fast vor der Haustür, fängt man, ob's Dorsch ist, Pollack ist, Seelachs ist. Und jetzt nicht Kindergartengröße, sondern wirklich schöne Fische, 80er, 90er bis zu Meter. Teilweise an der Oberfläche, mit Oberflächenködern. Total geniale Angelei. Also das erlebt man hier in Austerfjord. Und auch ansonsten, man kann auf die Offshore-Reviers fahren, auf die Unterwasserberge, große Dorsche, große Seelachse, Pollack. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir waren nur sehr kurz hier, wirklich nur ein kleiner Stopp gewesen. Wir hatten wenig Zeit, aber dafür haben wir schöne Fische gefangen. Und im Sommer kommen auch noch die Makrelen hier rein. Auf jeden Fall, ja. Auch noch ein super Speisefisch, bringt Spaß an einer leichten Route. Dann habe ich noch gehört, dass draußen noch Plätze sind zum Rotbarschangeln. Und wenn man ein Naturkütterangler ist. Läng, Läng geht auf jeden Fall auch. Bis 1,50 Meter oder gut über 1,50 Meter hat man die Chance. Ist hier möglich, ja, auf jeden Fall. Also ein vielseitiges Revier. Im Frühjahr haben wir jetzt auf Dorsch und Heilbrück geangelt, aber hier geht auf jeden Fall noch viel mehr. Hier geht viel mehr. Und was auch noch zu erwähnen ist, die Boote. Hier ist eine komplett neue Bootsflotte angeschafft worden mit Top-Echoloten, Top-Kartenplottern drauf. 23 Fuß, 140 PS. Ich finde es für die Sicherheit einfach ein super Aspekt. Man muss ja nicht 140 PS voll fahren, aber wenn irgendwann mal Wind aufkommt, man kann den Hebel auf den Tisch legen. Wie gesagt, nagelneue Boote dabei. Es gibt auch kleinere, die man hier mieten kann. Aber gerade hier die großen Boote macht echt Spaß zu fahren. Liegen super im Wasser und ergänzen diesen Spot hier richtig gut. Oh, wo ist das denn? Ein Pollack. Der erste Pollack. Oh, direkt hier an der Steilwand. Geht direkt am Ufer ganz steil runter. Ganz leichter Köder durchs Mittelwasser, ganz ultra langsam gekurbelt. Kleiner Pollack. Ja, hier direkt vor der Falzwand hatten wir schon ein paar Fische Pollack, Dorsch. Wir wollten gleich nochmal ein bisschen, vielleicht nochmal eine Drift auf Heilboot machen. Und jetzt kommt nochmal ein besserer Dorsch. Nichts besser, aber es stellt sich auf jeden Fall schon ganz gut hier rein. Schönes Angeln hier mit einer 110 Gramm Rute. Ah, das gibt es doch nicht. Der war mal am besten besser. Ja, schade. Weiter geht's. So, kurz vor Schluss haben wir hier nochmal gehalten an der steilen Wand. Ein bisschen auf Pollack geworfen. Das war das Business, das war der erste Wurf. Und direkt davor kam... Nee, kein Pollack. Ein Dorsch. Das war herrlichstem Wetter hier im Frühjahr. Da kam nochmal ein Dorsch hier vorne. Schick. Ja, gleich den nächsten Wurf gemacht. Und da ist wieder, ich schätze mal jetzt auch kein Pollack, aber ein Dorsch eingestiegen. Und der verkauft sich ganz gut hier. In einer 110 Gramm Rute. Wieder einen pinken Sandaal dran gehabt mit 86 Gramm. Ja, und der kann sich doch schon sehen lassen. Das ist doch schon ein richtig schöner Dorsch. An der leichten Spinnrute, da bringen die auch richtig Laune. Hier auf der Rücktour. Wollten gleich reinfahren, letzter Tag. Keine fünf Minuten von den Häusern entfernt. Nochmal einen richtig schönen Dorsch. Ja, eben diesen schönen Dorsch gefangen hier noch im leichten Gerät vor der Pollack-Wand. Und die Pollack-Wand soll ihr Versprechen halten. Da kam auch noch einer. Da ist er. Schöner Pollack nochmal. Ging ein bisschen in die Bremse. Die haben ja Power. Richtig schöner Fisch. Auch wieder der pinke Sandaal. Der hat hier geliefert. Richtig. Herrlich. Einfach durchs Mittelwasser gekurbelt vor der Haustiere hier. Wirklich nur fünf Minuten vom Haus weg. Der hat sich jetzt eingerollt, aber wieder ausgerollt. Und da merkt man, hier kommen jetzt langsam die Sandaale auch rein, die echten Sandaale. Und deshalb stehen auch die Dorsche hier im Mittelwasser. Nicht wie man das sonst manchmal kennt aufgrund. Die ziehen wirklich durch die Wasserschichten und jagen. Der Abschlussdorsch dieser Tour. Vielleicht. Vielleicht. Ein Wurf geht noch. Tobi darf auch nochmal. Hast du mit dem Köder nochmal ran gemacht jetzt? Das war jetzt nochmal Gummifisch. Nochmal mit Gummifisch. Nochmal mit Gummifisch. Und da kommt auch nochmal ein Dorsch. Und da kommt auch nochmal ein Dorsch. Ja Björn, wir hatten eine wirklich tolle Zeit hier auf Wigner. Wir waren nur zweieinhalb Tage hier, aber die zweieinhalb Tage hatten es in sich. Du mit deinem 1,55 Meter Heilbutt hier direkt im Hintergrund. Ihr könnt es sehen. Zwei, drei Minuten rausgefahren und dann kam mal sofort dieser Traum Heilbutt. Ich hatte kurz danach ein bisschen weiter draußen auch noch einen guten Heilbutt dran. Der ist leider ausgestiegen. Wir schätzen mal mindestens 1,40 Meter, wenn nicht sogar noch mehr. Also Heilbutt-Potenzial ist hier. Auf jeden Fall. Das zeigt wirklich das Potenzial dieses Revieres. Sowohl bei Heilbutt, aber auch bei Dorsch und allen anderen Arten. Also das ist schon wirklich ein klasse Revier. Und wir haben natürlich das Wetter gebucht. Wir haben wirklich tolles Wetter gehabt. Und das im Frühjahr hat wirklich Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr auch gerne mal hier fischen wollt in diesem Traumrevier. Alle Infos findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Wir verabschieden uns, kommen aber gerne auch nochmal her. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesko. Und euer Björn.